Pauschalbesteuerung in der Schweiz 2019. Wie Sie Millionen Steuersparen. Wissen Sie, warum viele Formel-1-Fahrer in der Schweiz wohnen? Weil sie sehr niedrige Steuern zahlen. Mit einer relativ wenig bekannten Steuerregelung namens Pauschalbesteuerung in der Schweiz oder auch Besteuerung nach dem Lebensaufwand können Sie mit den Schweizer Steuerbehörden einen Superdeal über Ihre Steuern aushandeln. Der Superdeal ist vertraulich. Ihr Einkommen und Vermögen ist nicht länger maßgebend für die Besteuerung. Das Gute daran ist, dass man kein Formel-1-Fahrer oder Filmstar sein muss, um die Steuervorteile dieses Steuerdienst geniessen zu dürfen. Ich zeige Ihnen in diesem Video Schritt für Schritt, wie diese Pauschalbesteuerung in der Schweiz für Ausländer funktioniert. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit der Pauschalbesteuerung in der Schweiz Millionen an Steuersparen können. Bleiben Sie dran! Guten Tag, ich bin Enzo Caputo, Schweizer Rechtsanwalt und Inhaber der Boutiqueanwaltskanzlei Caputo & Partners und Gründer von SwissBankingLawyers.com, wo internationale Geschäftsleute Tipps und Lösungen für Banking, globale Asset Protection und internationale Steueroptimierung finden. Warum ist die Pauschalbesteuerung in der Schweiz so attraktiv? Die Antwort ist, weil sie nicht aufgrund ihres Einkommens und Vermögen, sondern nur auf die jährlichen Lebenshaltungskosten besteuert werden. Ihre jährlichen Lebenshaltungskosten bilden ab sofort die Grundlage für ihre Steuerberechnung. Daher wird die Pauschalbesteuerung in der Schweiz auch als die nach dem Lebensaufwand berechnete Besteuerung bezeichnet. Italien hat letztes Jahr das Steuermodell Pauschalbesteuerung in der Schweiz kopiert. In Italien zahlen sie 100'000 Euro Pauschalsteuer und ihr weltweites Einkommen ist damit abgegolten. Der Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo hat die italienische Pauschalbesteuerung in der Schweiz genommen, als er anfing für Juventus Lurin zu spielen. Das italienische Steuermodell wurde auch erst durch Cristiano Ronaldo bekannt. Vor der Beanspruchung durch den Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo war sie unbekannt. Sparen sie bis zu 95% ihrer jährlichen Steuern. Jedes Jahr sparen sie zwischen mehr als 100'000 Euro bis 100'000 Euro oder gar mehr. Es hängt davon ab, wie hoch ihr Einkommen ist. Diese attraktive Pauschalbesteuerung in der Schweiz funktioniert seit 1862, also seit mehr als 150 Jahren. Es ist ein praxiserprobter Steuermodell. Ihr Einkommen und ihr Vermögen bleibt Privatsache. Ihre Privatsphäre wird durch die Schweizer Behörden 100% garantiert. Die Schweizer Behörden kümmern sich nicht um ihr Einkommen und Vermögen. Daher wird die Pauschalbesteuerung in der Schweiz auch als auf die lebenskostenbasierende Besteuerung bezeichnet. Die Differenz zwischen den jährlichen Lebenshaltungskosten und ihrem effektiven Jahreseinkommen bleibt unversteuert. Insbesondere bei Formel-1-Piloten ist diese Differenz besonders gross. Das ist der wahre Grund, wieso viele Formel-1-Piloten in der Schweiz leben. Nur in der Schweiz haben sie die einmalige Gelegenheit, den besten Steuerdeal ihres Lebens abzuschliessen. Was sind die Anforderungen? Sie dürfen nicht bereits in der Schweiz wohnen. Sie können nicht in der Schweiz arbeiten. Aber wenn sie möchten, können sie im Ausland arbeiten. Das schweizerische Steuersystem hat drei Besteuerungsstufen. Es gibt Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern. Die Lebenshaltungskosten pro Jahr müssen mindestens 400.000 bis 600.000 Franken betragen. Abhängig je nach Wohnkanton. Sie müssen ein Mindestvermögen von 10 Millionen Schweizer Franken besitzen. Was sind die Vorteile einer Pauschalbesteuerung in der Schweiz? Nie wieder müssen sie Steuererklärungen von 50 Seiten oder mehr einreichen. Innerhalb von vier bis sechs Wochen werden wir für sie den bestmöglichen Steuerdeal aushandeln. In dringenden Fällen bieten wir ein Expressverfahren an. In nur zwei bis vier Wochen besorgen wir ihnen den besten Steuerdeal ihres Lebens, inklusive Aufenthaltserlaubnis für einen ständigen Wohnsitz in der Schweiz. Die Pauschalbesteuerung ist auch als Tax-Troning bekannt. Ein Tax-Troning ist nichts anderes als eine Vereinbarung mit den Schweizer Behörden über die Höhe der Steuer, also ein Vertrag. Auf unserer Webseite finden Sie detaillierte Informationen darüber. Jeder Kanton hat seine Eigenheit. Finden Sie heraus, wie unterschiedlich die Besteuerung in Abhängigkeit vom Wohnkanton sein kann. Auf unserer Webseite gibt es eine Liste mit einem Vergleich aller Kantone. Wir haben den ersten Pauschalbesteuerungsrechner erfunden. Mit ein paar einfachen Klicks erhalten Sie approximativ einen ersten Einblick über die vermeintliche Höhe Ihrer Steuerrechnung. Der Pauschalsteuerrechner kann aber nie ein persönliches Beratungsgespräch ersetzen. Zu verschieden sind die kantonalen Steuermodelle zur Pauschalbesteuerung in der Schweiz. Jeder Kanton hat seine Eigenheiten, die mithin stets angepasst werden. Diejenigen, die mehr Informationen über die von den Kantonen geprägte Pauschalbesteuerung in der Schweiz suchen, sollen unbedingt unseren Artikel auf unserer Webseite lesen. Wir haben einen sehr fundierten Artikel auf unserer Webseite SwissbankingLawyers.com veröffentlicht. In diesem Artikel finden Sie Diagramme, Kantonsvergleiche und viele Beispiele mit Zahlen. Es ist einer der besten Artikel im Internet, weil er in einfachen Worten abgefasst ist. Er ist für Sie geschrieben und nicht für Steueranwälte. Meine Garantie an Sie, nach dem Lesen des Artikels wissen Sie garantiert Bescheid, wie das Steuersparmodell Pauschalbesteuerung in der Schweiz funktioniert. Was haben Yachten, Autos, Helikopter, Private Chats, Rennpferde mit der Berechnung der Pauschalbesteuerung in der Schweiz zu tun? Weder Einkommen noch Vermögen beeinflussen Ihre Steuerrechnung. Wenn aber Yachten, Helikopter, Autos und Rennpferde die Kosten für Ihren Lebensunterhalt in die Höhe treiben, erhöht sich Ihre Steuerrechnung entsprechend. Gerne sind wir Ihnen bei der Zusammenstellung der steuerlich relevanten Ausgaben behilflich. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen, lassen Sie gegebenenfalls auch gleichzeitig Ihre Probleme im Zusammenhang mit dem automatischen Informationsaustausch. Und kann man den Reporting-Standard, AIA und CRS lösen. Ihr Bankkonto bei einer Schweizer Bank bleibt reine Privatangelegenheit zwischen Ihnen und Ihrer Privatbank. Ihr Bankkonto ist nicht steuerpflichtig und nicht meldepflichtig. Wenn Ihr Schweizer Bankkonto am alten Ort Ihres Wohnsitzes Geheimsache war, wird das mit dem Umzug in die Schweiz auf einmal legalisiert. Der Wohnsitz in der Schweiz lässt das Bankgeheimnis auferstehen. Die Probleme mit dem automatischen Informationsaustausch und Common Reporting Standard sind für immer aus der Welt geschaffen. Niemand kümmert sich in der Schweiz darum, wie viel Geld Sie auf Ihrem Konto haben. Als einheimische Einwohner profitieren Sie vom Schweizer Bankgeheimnis. Das Schweizer Bankgeheimnis ist ein wesentlicher Bestandteil der Privatsphäre. Es ist fest in der Schweizer Bevölkerung verankert. Das Schweizer Bankgeheimnis steht in der Schweiz sogar über dem Gesetz. Es ist ein Recht auf Privatsphäre, welches quasi auf Stufe der Verfassung steht. Darum sagt dem Schweizer Politiker aus, das Schweizer Bankgeheimnis sei nicht verhandelbar. Für viele Bürger der Russischen Föderation sind die negativen Folgen in Zusammenhang mit dem automatischen Informationsaustausch und Common Reporting Standard die Hauptgründe für den dauerhaften Umzug in die Schweiz. Wie Sie sehen, gibt es je nach Perspektive mehrere Gründe, um in die Schweiz zu ziehen. Ihre riskanten vermeintlichen Steuerlücken mit Offshore-Gesellschaften werden mit einem Schlag irrelevant. Ihre Zweifel, ob eine bestimmte Offshore-Struktur legal oder illegal ist, sind definitiv vorbei. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, zeigen Sie es uns. Drücken Sie jetzt auf den Like-Button. Jedes Jahr zahlen Sie die vereinbarte Pauschalsteuer. Sie wissen genau, wie viel Steuern oder eher wie wenig Steuern Sie zu zahlen haben. Sie kennen die Höhe der Steuern auf den Franken genau. Seit 1862 bietet die Schweiz Tax-Rollings, und zwar Tax-Rollings, die seit 1862 funktionieren. Endlich bekommen Sie die Steuergewissheit, die Sie sich immer wünschten. Sie werden einen legalen Status geniessen, auf den Sie sich 100% verlassen können. Mithin gibt es in der Schweiz keine Schenkungssteuer, keine Erbschaftssteuer und keine Kapitalertragsteuer. Wenn entfernte Verwandte begünstigt sind, wird die Hälfte der Kantone sie im Vergleich zur Europäischen Union sehr moderat besteuern. Werden Kapitalerträge in der Schweiz besteuert? In der Schweiz gibt es keine Kapitalertragsteuer für natürliche Personen. Der deutsche Industrielle Theo Müller, Gründer des Müllermilchimperiums, hatte ein Problem mit der Schenkungssteuer in Deutschland. Aus diesem Grund zog er von Deutschland weg, machte die Pauschalbesteuerung und lebt heute glücklich in der Schweiz. Wenn Sie unsere Videos mögen, zeigen Sie es uns. Drücken Sie jetzt den Subscribe-Button und klicken Sie auf die Glocke. So stellen Sie sicher, dass Sie kein Video verpassen. Die Schweiz hat den niedrigsten Mehrwertsteuersatz von 7,7% in Europa. Die Mehrwertsteuer in Europa variiert zwischen 17 und 27%. Dank Steuerersparnis werden Sie viel mehr Geld für Ihr Geschäft haben. Als Unternehmer auf dem internationalen Markt konkurrieren Sie mit anderen Unternehmen und Marktanteilen. Und das kostet Geld. Es geht nicht immer darum, mehr zu verdienen, sondern mehr von den vorhandenen Einnahmen zu sparen, um in das Geschäft reinvestieren zu können. Wenn Sie Millionen an Steuern sparen, investieren Sie besser in Ihr Geschäft. Das bedeutet, dass Sie Wettbewerbsvorteile haben werden. Ihre Konkurrenten werden vor Neid erblassen. Sie werden eine stabile Umgebung mit der besten Lebensqualität geniessen. Die weitverbreitete Staatsverschuldung in vielen Ländern schafft Unsicherheit. Das ist ein schlechtes Omen. Immer mehr global tätige Vermögende und erfolgreiche Geschäftsleute kaufen über ein Citizenship-by-Investment-Programm, ein neues Domizil, ein sogenanntes Golden Visa ein oder eine zweite Nationalität mit einem zusätzlichen Pass. Das neue Geschäft mit Golden Visa und Citizenship-by-Investment hat enorme Zuwachsraten. Mit dem Umzug in die Schweiz haben Sie eine Versicherungspolizei abgeschlossen und einen Plan B für schlechte Zeiten in der Schublade. In den letzten zwei Jahren explodierte die Anzahl der verkauften zweiten Pässe ungemein. Laut Wikipedia wurden im vergangenen Jahr so viele Pässe erworben, die Investitionen in Höhe von 2 Milliarden Dollar ausgelöst haben. Die Welt wird instabil. Die Zahlen bestätigen die grosse Unsicherheit. Gemeinsam werden wir herausfinden, ob sich für Sie die Pauschalbesteuerung in der Schweiz auszahlt und Sie alle Voraussetzungen erfüllen. Wenn Sie sich nicht dafür qualifizieren, werde ich eine geeignete Alternativlösung für Sie finden. Es gibt immer eine Lösung, auch in scheinbar aussichtslosen Fällen. Das können Sie mir glauben. Wir finden die beste Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Insider-Informationen wie diese finden Sie nicht in Universitäten, in Bibliotheken oder auf anderen Webseiten. Wenn das Video hilfreich war, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Klicken Sie jetzt auf den Subscribe-Button unten. Wenn Sie mehr über internationale Steueroptimierung, Vermögensverwaltung und Vermögensschutz wissen möchten, die ich nur mit Abonnenten teile, dann schreiben Sie jetzt für unsere Newsletter ein. Mit diesen Informationen sparen Sie mehr Geld und erweitern Ihr Geschäft schneller als Ihre Mitbewerber. In der Videobeschreibung unter diesem Video finden Sie wichtige Links und weiterführende Informationen zu diesem Thema. Sie finden auch den Link zu unserem detaillierten Artikel, der jeder versteht. Wenn Sie sich für die Pauschalbesteuerung in der Schweiz interessieren, werden Sie jetzt die Telefonnummer 0041442124404. Wenn Sie Fragen zu internationalen Steuersparnismodelle haben, stehe ich Ihnen gerne mit meiner über 30-jährigen Erfahrung zur Seite. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.